Fashion Outlets gibt es wie Sand am Meer. Aber wenn du auf Streetwear stehst, da wird es schon ein bisschen schwieriger herausfinden, welche Outlets zu dir passen. Aber kein Problem, dein Fancy Beast hat wie immer unterhalb vom Video die Antwort für dich. Aber bevor du jetzt losstürmst, dir die Outlets raussuchst und shoppen gehst, habe ich noch eine sehr wichtige Frage an dich. Denn es geht darum, du kennst das Thema. Outlets, Angebot, Sale, Special Sale. Und schnell verfällst du in eine Art Kaufrausch und am Ende des Tages hast du ein lachendes und ein weinendes Auge. Weil du hast zwar geile Klamotten gekauft, aber hast dein Konto völlig überzogen. Und was sind da deine Tipps und Tricks für uns? Wie hältst du dich unter Kontrolle, damit du nicht zu viel Geld ausgibst und drastend glücklich bist? Sprich, sagst du, okay, ich tue nur eine gewisse Bargeldsumme in mein Portemonnaie und wenn es alle ist, ist Schluss? Oder ist deine Kreditkarte limitiert? Du verstehst, was ich meine. Also, wenn du die Tipps und Tricks hast, ab damit in die Comments. Wir freuen uns auf jedes Feedback. Und ansonsten viel Spaß mit den Street-to-Bear Outlets. Und ja, viel Spaß beim Shoppen.